Wenn es jemals Symbole des Durchhaltevermögens inmitten von Widrigkeiten gab, dann sind es die Brüder Patrick und Matthew Laboteau. Jeder von ihnen überwand als kleines Kind gesundheitliche Herausforderungen mit der Liebe und Fürsorge ihrer Adoptiveltern Ronald Laboteau und Francis Frankie Marshall. Patrick wurde im Alter von neun Monaten adoptiert und von Ärzten und Sozialarbeitern unangemessen als psychotisch bezeichnet. Seine Mutter erinnerte sich daran, er war so aufgeregt, dass er kein Essen bei sich behalten konnte. Als wir ihn bekamen, litt er unter Unterernährung und war erschöpft. Er bekam kalten Schweißausbruch, wenn jemand versuchte ihn anzufassen. Mit viel Liebe und einer festen, sanften Hand waren seine Symptome nach ein paar Jahren verschwunden. Matthew wurde im Alter von zehn Monaten adoptiert und hatte ein Loch im Herzen. Das Loch heilte, aber Ärzte diagnostizierten Matthew als autistisch oder geistig behindert und schlugen vor, ihn in ein Heim einzuweisen, was für seine Eltern inakzeptabel war. Später stellten sie fest, dass er an niedrigen Blutzucker litt. Frankie bemerkte, Zucker war für sein System genauso giftig wie Alkohol oder Drogen. Sobald wir seine Ernährung korrigierten, war der Unterschied drastisch und sofort spürbar. Alle seine Probleme verschwanden. Es war erstaunlich. Die Jungen wurden mit der Schauspielerei bekannt gemacht, als ihre Schauspielerin Mutter sie zu ihren Vorsprechen mitnahm. Patrick begann mit der Schauspielerei als Therapie und war mit sieben Jahren bereits ein Veteran von Cheerios und McDonalds-Werbespots. Kurz vor seinem achten Geburtstag wurde Patrick in Maine mit Lucy Ball besetzt. Matthew hatte viele Hürden zu überwinden. Er begann erst im Alter von drei Jahren zu laufen und mit vier Jahren zu sprechen. Frankie beschrieb, wie wenn jemand versuchte, ihn hochzuheben, würde er schreien und versuchen wegzukommen. Eines Tages bat ein Casting-Director Frankie, ob sie zulassen würde, dass er für einen Werbespot vorspricht. Ich war in Panik. Er würde nämlich einen Wutanfall bekommen, wenn ihn jemand berührt hätte. Aber Matthew stand einfach auf und folgte ihr in den Raum. Es war, als würde man auf einem Pulverfass sitzen und eine Zigarette rauchen. Von da an nahm seine Schauspielkarriere Fahrt auf. Patrick und Matthew waren lange vor unsere kleine Farm erfahrene Profis. Ihre Mutter stellte klar, wenn sie Schauspieler werden wollten, verlangte das Selbstdisziplin und ein vollkommen professionelles Verhalten. Und so hat es funktioniert. Die Jahre bei unsere kleine Farm Matthew wurde zu ersten zwei Folgen von unsere kleine Farm für Rückblenden als junger Charles Ingalls besetzt. Patrick stieß 1977 zu unsere kleine Farm als Andy Garvey, dem Sohn der Nachbarn der Ingalls. Matthew wurde 1978 erneut adoptiert, diesmal von der Ingalls Familie und wurde zu Albert Quinn Ingalls und einem unzertrennlichen Freund von Andy Garvey. Für unsere kleine Farm ein neuer Anfang wurde Matthew zweimal für einen Young Artist Award als bester junger Schauspieler in einer Dramaserie nominiert. Die beständigen familiären Bindungen, die unsere kleine Farm dargestellt wurden, waren einflussreich für Patrick und Matthews persönliches Leben. Matthew bemerkte, Pat und ich sind damit aufgewachsen, unsere Eltern zu respektieren. Wir glauben an gute Manieren und Respekt füreinander. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie wir die Dinge sagen. Es geht darum, wie wir einander fühlen und wie wir einander behandeln. Über ihre Karrieren sagte er, ich spiele seit ich vier Jahre alt bin, also bin ich es gewohnt mit Erwachsenen im Film und Fernsehsatz zusammenzuarbeiten. Schauspielerei ist etwas, das ich seit ich mich erinnern kann getan habe und ich liebe es. Das gilt auch für Pat. Wir sind Schauspieler und im Moment wollen wir nichts anderes sein. Unsere Karrieren halten uns beschäftigt und geben unserem Leben eine Richtung. Wir sind unseren Eltern nahe und sehr offen mit ihnen. Ich habe versucht, einige der normalen Dinge zu tun, die Kinder in meinem Alter genießen, wie zum Beispiel in eine Rollstuhlbahn zu gehen oder einfach abzuhängen. Aber es macht einfach keinen Spaß. Für mich ist Schauspielerei Spaß. Während der Ferien und Drehpausen werde ich ungeduldig mit all der freien Zeit. Jahre nach unserer kleinen Farm ging Patrick an der Seite von Mark Harmon in Prince of Bel-Air und Summer School auf. Und er arbeitete später erneut mit Mark in JAG und NCES zusammen. Er hatte Filmauftritte, zahlreiche Serienauftritte und sprach als Synchronsprecher. Das seltsame an der Show ist, dass alles, was Bud passiert ist, mir etwa ein Jahr später passiert ist. Bud hat geheiratet. Ein Jahr später habe ich die Produzentin der Show, Tina Arbonis, geheiratet. Wir haben ein Baby in der Show bekommen und meine Frau ist jetzt schwanger. Es war wunderbar. Die Show hat mir mein Leben und meine Frau gegeben. Patrick und Tina heirateten 1998 und Sohn Joe Bennett wurde 2001 geboren. Nach dem 10-jährigen Lauf von JAG blieb Patrick mit Filmen und Fernsehserien beschäftigt und produzierte 2012 zusammen mit Tina die Netflix-Serie See Dead Run mit Scott Bale, die drei Staffeln lief. Youth Rescue Fund 1981 gründeten Patrick und Matthew den Youth Rescue Fund, um entlaufende Jugendliche zu unterstützen. Matthew erklärte, wir wollen unsere Dankbarkeit für das Zuhause und die Eltern zeigen, die Pat und ich haben. Der beste Weg zu zeigen, wie sehr uns das am Herzen liegt, ist zu versuchen, anderen zu helfen, die nicht das Glück haben, ein Zuhause und Eltern wie wir zu haben. Es wurden Jugendgremien gegründet, um entlaufende, obdachlose oder misshandelte Teenager sowie solche mit Drogen- oder Alkoholproblemen zu unterstützen. Mit dem langfristigen Ziel, Unterkünfte einzurichten. Um Geld zu sammeln, wurden die Mitglieder des Fanlubs gebeten, einen Dollar beizutragen. Zusätzliche Mittel wurden durch den Verkauf von Sicherheitssets für Autobahnen, die Ausrichtung von Promi-Rodeos und die Veranstaltung von Tanz-Events gesammelt. Sie sammelten fast 11 Millionen Dollar. Die von ihnen unterstützte National Network of Runaway and Youth Services, Inc. in Washington, D.C., führt ihre Arbeit bis heute fort. Musik 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 Musik